hallo und herzlich willkommen zurück bei alpha protokoll wir befinden uns immer noch in was ist das was bei alpha protokoll wir sind immer noch hier auf dem feuer feuer deckung warm warm weißt du selber peng peng explosions granaten das war der schlechteste wurf den ich gesehen das ist unsere dinge wer geht die noch auf uns egal wir haben brandbomben explosions verraten eben das nicht ja ja egal aber ich will immer noch gerne doch mal eben wieso haben wir keine was war das hier übertackten übertakt ist doch gut ja wenn ich jetzt so etwas anmüse oder sei übertakt granate jetzt muss ich die granate werfen jetzt musst du die granate werfen ein mal mit profis arbeiten ja gut wieso schießt das ding nicht auf den weil nur du als kann ich da durchs fenster agitator jetzt schießt es doch ab meine güte ich wollte ich wollte aber ich wollte aber das das mal zeigen ja die sind doch schon angeschlagen also durch die erste granate ich habe ja schon mal getroffen das hat es da ich hoffe es doch ja natürlich jetzt hast du es aber mit deinen granaten was das durfte ich mal wenn ich mal darf dann mache ich das auch ja ich habe keine ahnung was zorn und sowas war hier meister der war das super ich hole nicht nach kam da können wir alarm deaktivieren wenn wir wollen wir sind ja relativ unauffällig muss man ja sagen boom peng daran sind ja die schuld die böse ich wollte gerade nazis sagen das sind triade böse nazis sie haben auch daran schuld ich bin mir ganz sicher ich weiß zwar noch nicht warum aber die haben auch daran schuld ist dir was aufgefallen was das ist fucking viel ich ich mach das nur mal von vorne der ist aber richtig das macht auch nisch wenn da ausgelöst wird weil der alarm ist ja eh schon ja aber ist ja hast ja recht und wo ist denn die 6 wo ist die 8 die 9 und die links ich habe nur links gesagt da war ich schon dabei zu drücken es war vor allem so offensichtlich links ach das cool es war so offensichtlich links das kannst du vergessen so offensichtlich links lass mich in ruhe das ist gar nicht mal so einfach weil weil das links und rechts gab es ja nur und rechts war ungefähr so wie ganz rechts das ist der zweite von rechts wo ist denn die Föhne so 2 cm nach oben pro Ende es war ein langer ich wollte eigentlich erst das andere nehmen das andere war auch ne 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 nein 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 sei still genau so ne schleife ich hör dir gar nicht zu Mann du legst mich ab jetzt sei doch endlich mal still hat mir sie schon ganz links weiter links weiter links weiter links willst du von mir äh äh was war geraten das war etwa in der sekunde ich glaub das war nicht mal mehr eine Sekunde in letzter Sekunde wie gesagt das war da drin nochmal als blinkte Heilung oder ne ja 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 ach das ist nochmal über ne bedienfeld über Blücken Das ist ein Scherz. Das sieht einfach aus. Auch wenn das irgendwie sehr hell ist und mich total verreht. Der Hintergrund, ne? Ja. Ganz rechts. Alles ging. Wir halten Denksmänner zurück. Ach, da sind noch welche übrig. Erstaunlich. Ja, für den Fall, dass Versteckung kommt. Die wachen alle wieder auf, die ich erschossen habe. Eigentlich kann ich ja... Nein, betäubend ist gut. Was? Dam, da, da, da. Dam, dam, da, da, da. Warum war das so kurz? Hab mein Lied nicht beenden können. Oh, du armes Kind. Nicht weilen, du kriegst noch einen Keks. Die Lüge. Ich habe eine Vision für einen Tag. Hey, wir sind noch nicht fertig. Ja, renn rein. Versteckung? Where the hell is my backup? Quickly, now. Finish you. Glad to see you guys. Okay. Nicht schießen. Und da den Dingen? Ich kann nicht eine Granate werfen. neben den arbeitern egal keine ahnung Ich hab jetzt mal was genommen gedacht, oder? Brennt! Brennt! Ich würde übrigens um den Ding... Genau. Die Stahlkärme und die Schosse aufrufen. Wann wär der drin? Wann wär der drin? Wann wär der drin? Der hat die Pfeilgetür dort links drin. Rechts, rechts, rechts. Halt, was war da hinten? Munition! Vielleicht für dich, ähm, Teufel. Dann wird's für eine Termine. Joa, ich glaub, daneben ist auch vorbei. Äh, jay. Ähm... Herr Deng? Verzeihung. Wir möchten mit ihm über dieses Stab... Äh, nee, was war das? Stärkdarmengeschosse? Du bist gekommen, Thornton. Hier. Bevor die Augen unserer Nationen gefunden. Du wirst sterben. Wie du meinst. Was schießt du da? Oh, das ist Ding. Ja. Könntest du aufhören, auf Ding zu schießen? Nö. Keine Gnade mehr, Ding! Der Hammer oben Dengel ist ganz verletzt. So regeneriert er sich. Tut er nicht. Mach mir nie wirklich Angst. Du hast ihn getötet. Du Schwein. Ich hab keine Gnade mehr. Die wollen mich alle umbringen. Die sind alle unhöflich. Und um den Denkräum läuft einfach so weg. Oh, ja. Danke. Ich hab' den Boxen hinter mir. Noch hab' ich Rüstung. Halt. 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 Seine Scharfschutzpistole. Halt. Seine Scharfschutzpistole. Stiel. Oh, der ist einfach unsichtbar. Vielleicht, ne? Könnt' ich auch. Der man sich einfach unsichtbar macht. Ich kann ja nur. Da sind hier Superagenten. Kann ich da rüber springen? Vielleicht. Ich glaube, du musst höher. Aber dann kann ich runter springen. Kann ich hier hoch springen? Warte mich weg. Willst du denn da hoch springen? Mit Armen und Füßen. Du bist da rechts vielleicht. Drahtseil. Drahtseil. Ach da. Ja. Da kommst du auf die Denkseite der Macht. Nur die Wind wegen heute. Die wissen gar nicht, dass ich hier bin. Na doch. Die wissen nur noch, wo du bist. Ich bin wie ein Schatten. Du hast einen Schatten, ja. Ich bin ein Schatten meiner selbst. Ich bin ein Schatten meiner selbst. Mit Schatten in der Nacht. Du kannst auch ganz einfach den Weg ausrufen. Das wäre aber nicht episch gewesen. Aber ich bin ein Geheimagent. Das war definitiv schneller. Fahrstuhl rechts. Ich bin ein Schatten. Ich bin ein Schatten. Womit gegen links. Husserl. Oh der war schön. Ich habe ihn in den Knochen gehört. Das wäre lustig gewesen. Wenn jetzt die verangezündeten Bomben explodiert wäre. Das wäre lustig gewesen. Wenn jetzt die verangezündeten Bomben explodiert wäre. Das hätte ich mit dem Geld geschehen. Das hätte ich mit dem Geld geschehen. Da sind wir wieder. Wir suchen. Immer noch. Booming Ding. Er hat sich hier hin zurück verkrochen. Aber die Festplatte ist jetzt nicht voll. Die dachten uns. Nicht mit uns. Aber das ist der letzte Speicherstand. Geh weg. Und das ist kein Stückchen. Wir gehen praktisch genau vor der Tür. Wir sind dann nur runter. Und wer... Schieß. Da ist er doch. Es wird gelesen. Die zwei Schritte brauchen wir nicht extra noch mal alles zu machen. Hast du die Liebe dahin? Hast du die ausgelöst? Ja. Warum? Ich hatte ja hofft nur das reicht soweit. Nee. Irgendwie läuft das jetzt mal besser als... Warte mal. Beim letzten Mal war es viel spannender. Ja. Ist er einmal fast gestorben? Und er war richtig cool. Ja. Ja. Das macht Sinn. Ich habe die Daten auf dich und Sung. Warum würde du ihn versuchen zu töten? Ich könnte dich nicht aufhören. Aber meine Leute werden dich verraten, um zu töten zu töten. Du bist ein Double Agent? Für wie lange? Ja. All meine Leben. Ich werde das nicht mehr schmerzen. Ich werde das nicht mehr schmerzen. Ja. Die Hörger sind nicht. Das ist behebende. Es geht doch für einen忙. Ich spreche mich nicht. Michael Thornton最近 kam zu Taipei. Sie hat ihre Präsidenten zu concord. Was? Ich bin da. Ich werde es sicherer. Ich bin da. Dann musst du ihn. Wenn du nicht das Gehirgenwarrst.. Oh, shit. No! Dammit! I don't see anybody. I tried to warn him. I sent him everything I had on the assassination attempt. Mike, emergency frequencies are reporting riots breaking out. And they're getting ugly. Additional security forces are en route. And you don't think they'll believe the guy holding a smoking gun when he says he didn't do it? What's going on? The company's coming. We need to get out of here and figure this out. Ach, du Scheiße. He survived. I'm glad the information I passed him did some good at least. Oh mein Gott. Aber wer war's denn dann? Wenn es Heck war, raste ich aus. Ich weiß, wer es war. Ich weiß, wer es war. Gesammeltes Vermögen 47.900. Da fällt das mit der Pistole gar nicht mehr auf. Fast. Fast. Das ist doch etwa der Betrag, den wir sonst früher auch hatten. Vor unseren... 10.000 oder so. Ah, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ja, 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 ja. Das war's. Das war's. Ja, ja. Super. geez Sie sagen, instigators within the crowd convince spectators that the attack was part of the Chinese plot, which sparked the riot that has so far killed 23 people. Heck, calling Thornton? Come in, Thornton. Yeah, Heck, I'm here. Just a heads up, Mike. There's some folks out there that really hate you, pal. Me? Tell me something I don't know. So this VCI comes to me and he says to me, Steve, I got a proposition for you. I always figured VCI as the offer you can't refuse, types. So after I popped three of his fingers off for calling me Steve, I say, and what proposition might that be, my good man? Heck. This guy says to me, oh, God, please, don't kill me. I just came here to offer you five million dollars to give Michael Thornton up as Ronald Sung's assassin. Tell me you didn't. Not gonna lie, buddy. I was really tempted for a minute there. I kinda like you, so I told him to piss off. Then I set him on fire to make sure he got the point. Shouldn't you have stabbed him to make sure he got the point? I figured his cronies would probably try and find somebody less scrupulous than myself, so I went ahead and called the news stations. Should keep them off your back for a while. I appreciate that. Hey, no problem, buddy. I want to lay low for a while, but I'll be in touch. Be seeing you, Mike. Searching for a man called Wen Shu in connection with the attack. Government sources have told INN that Wen Shu is a Taiwanese national with no previous criminal record. The nature of his involvement remains to be seen. That should buy me a little time to get out of Taipei. Better get moving. Ach, unser Heck. Der hat sie nicht alle. And so this is the result of your efforts in Taipei. Chaos in the streets. An assassination attempt against the president of Taiwan. Well done. The president survived. The riots are dying down. I think I did okay. Hardly. The fact that Sung survived doesn't change the fact that someone tried to kill him. That will cause panic and increased tension as surely as if the shot had been fatal. I admit, the lack of unidentified assassin might slow things down, but the people already believe the assassin was a Chinese agent. Omen Deng's escape won't stop the push for independence from growing stronger. You managed to escape Taipei undetected. Largely because of an anonymous tip identifying a man called Wen Shu as the attempted assassin. Stephen Heck's work I trust? Professional favor. Now I owe him one. That's pretty much how the spy business works. You have a knack for engendering trust. A useful skill for an intelligence agent. Must be my winning personality. That's all you cared about then? Destabilizing Taipei? You should pay more attention to global politics, Agent Thornton. If Taipei pushes for independence, the People's Republic will prepare for war. If China prepares for war, so does the US. And how Beck makes a fortune off the new Cold War? If there's one thing better for business than a war, it's a Cold War. cold, cold. That's it. Mike. Is it odd? Is it odd? Seeing me in person? Yeah, that's good. I could ask the same thing. It's not odd for me. Well, not after everything we've gone through. And what have we gone through exactly? I came here because we're out of time. Taipei, Rome, Moscow. As far as the agency is concerned, they've been resolved to Halbeck's satisfaction. Perhaps not ideally. But Halbeck's projections are optimistic. So they don't even know they're starting a war. Not yet. First they'll delete Alpha Protocol and erase everything associated with it. And that means you. Hey. They haven't done a great job so far, so don't worry about me. I am worried about you. I can't shut it off. For them, it's a lot more simple. If Alpha Protocol is erased, and you're erased, whatever life you had will be gone. You'll be rogue forever. Until someone finds you. And kills you. And I can't let that happen to you. Then I say we bring them down before they get the chance. They don't know about you, Mina. And they certainly don't know me. It's more than... No. It is that simple. Trust me. And if they've got Halbeck on their side, then they're doubly screwed. Mina, we're going to get through this. Mike. I mean it. Mike, I can't. You don't know what's going to happen. Neither do you. Mike. About Madison. In Rome. I... That's behind me. I didn't mean to put you in danger. I didn't mean for any of this to happen. Well, that's pretty insulting. What, do I have halitosis? I didn't mean that part. Good. Because that hurt my feelings. Suppose you already have a plan. Save the day? Somehow. But first I have to get back to the facility. Then take out the folks that trained me, along with any Marines, agents, or any other Halbeck thugs they've got with them. Get evidence on an international conspiracy. and prevent World War III. So I guess I better get started. We better get started. No, you need to get to safety. I don't want you getting hurt. And I'd be surprised if Westridge and Parker haven't already figured out someone's been feeding me information. If so, your life is in danger. I want to help. I can return to Alpha Protocol. I can still help you from the inside. I can't just throw you to the wolves. I don't want you going back there. Chances are they know about you. And if so... All right. There's another safe house I can hide out in until this blows over. But this could be the last time we see each other. Don't count on it. I'm not letting you off the hook that easy. What are you going to do? Call in a few favors. If Alpha Protocol thinks it's the only one with an army, they're in for a shock. World War III 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 Amakes so... Ach, da kommen noch jetzt ein, zwei Sachen, die richtig geil wären. Da freue ich mich schon auf dein Gesicht auszunehmen. Aber die Sachen sehen wir erst in der nächsten Runde, wenn es dann wieder heißt Let's Play Alpha Protocol. Ihr habt ja genug um... oder genug Sachen, die ihr verarbeiten müsst. Wir auch. Zumindest Flo. Ich kenne das ja alles schon. Macht euch Gedanken. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Ciao. Outro